Statt Nummer 60, Maui frei, um die Evolutionstechnik zu kommen. Statt Nummer 63, der Schildklobax, BWL, die Leistung zu kommen. Statt Nummer 67, Aime Montero, Kravallo, Studie 1, Singen. Statt Nummer 68, Patrick Lohm, Powerhouse, Jim Hören. Statt Nummer 69, Migjan, BWL, die Leistung zu kommen. Thomas Rabel Evolution Finals ergänzen. So, dann geht's los. So, meine Herren, Frontposition einnehmen. So, das ist ein Tor. So, meinst du eigentlich. Cwarteudios, Jarkko. So, das ist ein Tor. So, ich bin der Aus. 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 Und noch mal eine Vorderdrehung zu verbrechen. Sehr gut. Dankeschön. 60, 63, 67, kein Schirm nach vorne. Die andere Seite bestellt sich genau hinter Ihnen auf die weiße Linie. Und ihr geht jetzt auf die andere Seite der weißen Linie. Gehen. So weit. Soll ich ja nicht hoffen? Nee, einfach nicht hoffen. Jawohl! Oberkörperkörper. Vor der Drehung nach rechts. Ja, das ist alles drauf. Vor der Drehung zurück in der Sicht. Vor der Drehung nach rechts. Wer denn? Ja, schaut auf, raud. Auf geht mal rüben. Auf geht mal rüben! Auf geht mal rüben. Auf geht mal rüben, auf geht mal rüben. Klasse Evo, 1,80 Meter. So, dann darf ich die Deutsche aus dem Rücken auch.